Das, das kann man bescheren, das ist 1, 2, 5, Schnitzel. Ich glaube, man merkt den Mikro nicht, weil ich so geil bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Warnung, dieses Video wurde von unprofessionellen Schauspielern nachverfilmt, die zu dieser Montage mehr oder weniger gezwungen wurden. Hallo, wie ihr bemerkt habt, haben wir mal wieder ein neues Video am Start. Es hat wie immer keinen roten Faden, es hat auch keinen Sinn, aber hey, dafür sind wir bekannt. Aber, erstens, es ist ein 4K und zweitens, Mist bauen wir immer. Area 49, da war es hier doch das letzte Mal schon. Ja, weil wir dafür abgestimmt haben. Was haben wir denn? Wir haben wie immer 4 Punkte, diesmal neu in den Angriff genommen. Nummer 1, die Runcam, die läuft wieder. Zweitens, es war wie immer der Speicherplatz, ist natürlich kein Punkt, aber wir müssen ihr irgendwas auffüllen. Nummer 3, Special Effects. Das wollen wir weiterhin optimieren, damit ihr bloß nicht abschaltet. Und der vierte und letzte Punkt, männliche Kommunikation. Gruppie, braucht man Gruppie. Kommunikation, was sollen wir denn noch kommunizieren? So, und jetzt das Video. So, jetzt geht's. Die Tür war klar. Die Tür war klar. Die Tür. Danke, war ich gut. Habt ihr einen Plan? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, die Granaten werden geil hinter die Brüstung zu kommen. Es sah nicht schlecht aus, wir waren nur zu wenige, die losgerannt sind. Surprise, motherfucker! Jo, hit! Oh Gott! Ja. noch mal links außen vibriert die ja jetzt lege ich die hand drauf bis das rot marius hier rechts rein marius in den keller und dann durch den schacht am ende rausholen weil da hier kommen marius du bist so jetzt bis zum ende und dann holen wir die direkt vom turm weg marius so 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 einer ist raus so schreckhaft siehst du den ja unten am kessel habe ich perfekt den blick so ja so 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 ja gut ich habe ja die scope cam das wird dann witzig wenn wir uns das angucken so 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 bei einem auskauf sind zwei leute eine rechts eine leute zu Das war's für heute. ach Toto scheiße warum wolltest du den punkt einnehmen das wollte ich nicht ich habe nur eine hand gesehen sorry man ja mann Toto das wollte ich nicht sag doch das nächste mal, dass du das bist wenn einer von da mal Sperrfeuer geben kann würde ich mal da hinlaufen sagt Bescheid ich bin mal da dran, ach halt schon, Manni halt hin Manni verschiedene n So Jungs. Und weil ihr jetzt bis zum Ende das Video euch angeschaut habt, kriegt ihr auch noch das. Ob ihr wollt oder nicht. So Jungs. So Jungs. So Jungs. So Jungs. So Jungs.